Und zwar habe ich diese wunderschöne, formschöne Pokéballtasse dabei. Kommt in diesen, ja man sieht schon, es sieht sehr Pokéball mäßig aus. Ist halt eine offizielle Pokémon-Tasse. Ein 3D-Max sagt man dazu. Kommt in diesem Karton, simpel auszulösen, schön verpackt und hat dann halt den Pokéball vor mit leichter Öffnung hier oben, so was man trinken kann. Ja, voll logisch. 300 Milliliter Fassungsvermögen hat die Tasse. Lässt sich schön in der Hand, fasst sich richtig schön an. Ich kann ja mal was einschenken, wie das so funktioniert. Einfach mal testen. Ja, testen wir mal. So, eingeschenkt. Jetzt machen wir mal den Trinktest, ob sie es auch gut trinken lässt. Ja, bringt sich gut raus. Ist tatsächlich auch schön, dass es halt bis oben, dass es nicht gerade wird, sondern wirklich rund bleibt, sodass die gesamte Form halt gegeben ist. Hinten ist es dann halt anders, weil logisch, ist ja nur vorne der Pokéball. Ist nicht spülmaschinenfest, muss man darauf achten, wobei das relativ gut sich anfühlt. Aber sollte man nicht, also die Empfehlung ist, lieber nicht reinpacken. Das sieht echt gut aus, ne? So, als wenn man so gerade so von der Pikachu-Jagd nach Hause kommt, schöne Tasse trinken. Kann man sich bestimmt noch eine gute Nudelsuppe reinmachen. Ja, innen drin rund. Das ist die Pokéballtasse. Das ist das. Ich soll den Schnaps nehmen. Ich glaube, da wäre zu viel Schnaps dann passt rein. Also nochmal zur Frage vom Tesky. Wie kann man aus dieser Tasse gut trinken? Ja, es ist halt sehr oval. Dementsprechend muss man sie schon ein bisschen höher nehmen als eine normale Tasse. Es hat jetzt so den kleinen Widerstand, weil es halt innen drin hoch geht. Aber lässt sich ganz gut raus trinken. Also der letzte Schluck habe ich gut rausgekriegt. Die ersten Schlucke gehen ja immer ein bisschen einfacher. Also ich finde, es ist okay. Es ist ein bisschen anders als bei einer normalen Tasse. Durch die Wölbung. Aber lässt sich ganz wunderbar trinken. Also ich hatte jetzt da kein Problem mit. Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020